Bernhard, der erste Vortrag ist vorbei. Tria Parker war auf der Bühne. Was hast du denn heute schon mitnehmen können? Ja, erstmal mega tolle Speech von ihr als Opening-Rede heute. Es ging ganz viel um Gatherings und Meetings. Und sie hat natürlich viel davon gesprochen, was sollen Meetings jetzt nach Corona. Und sie hat gesagt, dass das Wichtige ist, wir treffen uns, we gather to engage, not to escape. Also dass man das bewusst nutzt, diese Treffen. Wann sollte man gerade dann ein Meeting bewusst machen? Wenn die intellektuelle und die emotionale Komplexität beide hoch sind, dann sollte man gucken, dass es nicht digital ist, sondern dass man sich wirklich wieder austauscht und zu dem zurückkommt. Und dass wir jetzt die Chance haben, nach Corona neu zu definieren, was heißt Zusammentreffen im unternehmerischen Sinne eigentlich. Wie muss das ablaufen?